In der heutigen Folge schauen wir auf den Chefwechsel bei Nestlé und geben eine Vorschau zu den Zahlen von NVIDIA an diesem Mittwoch. Außerdem beleuchten wir, warum sich die Fischstäbchenbranche in Alarmbereitschaft befindet. Märkte Kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie mit Christoph Bender und Markus Suttrup. Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen. Ja, Marco, Lukas hat es letzte Woche quasi vorhergesagt, die Woche die Ruhe vor dem Sturm. Und irgendwie sah es letzte Woche auch genauso aus, wenn wir jetzt gleich auf die Vorwoche zurückgucken. Keiner, weder hier in Deutschland noch in Europa und in den USA, hat sich so richtig aus der Deckung getraut. So sieht es dann auch mit dem Blick auf die Indizes aus. Alles quasi unverändert auf Wochenbasis. DAX leichtes Plus von 0,8 Prozent. Nasdaq leichtes Minus, circa 1,2 Prozent Verlust auf Wochenbasis. Und beim S&P 500 ist es fast unverändert mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent rausgelaufen. Ja und das, Marco, obwohl wir ja durchaus ein Ereignis hatten, auf das wir hier ebenfalls letzte Woche hingewiesen haben. Stichwort Jackson Hole. Es geht mal wieder um die Zinsen. Genau, am vergangenen Freitag hat den Börsen dann hinten raus auf jeden Fall auch nochmal gut getan soweit. Also nach Jackson Hole haben die Märkte dann doch etwas zulegen können. Aber gehen wir mal einmal darauf ein. Jackson Hole, du sagtest es gerade, in Wyoming, inmitten der Rocky Mountains. Dort hat der FED-Chef Jerome Powell am vergangenen Freitag den aktuellen Kurs der US-Zentralbank umrissen. Und zwei Punkte waren dabei von besonderer Relevanz. Zum Ersten, die Priorität der Zentralbank verschiebt sich so langsam. Während bislang die Inflationsbekämpfung absolut im Vordergrund gestanden hat, ist es nun die Sorge um den Arbeitsmarkt. Die FED hat ja offiziell beide Ziele, Preise stabil halten und Vollbeschäftigung, anders als die EZB. Wo es nur die Preisstabilität ist und du sagst, das ist gerade, das bedeutet natürlich irgendwo Hoffnung auf sinkende Zinsen. Und das ist auch der zweite Punkt, der sich doch bestätigt hat, die FED wird aller Voraussicht nach jetzt im September die Zinswende einleiten. Hat ja bislang die Zinsen noch gar nicht gesenkt jetzt in den letzten Monaten. Aktuelles Niveau liegt noch bei 5,5%. Wahrscheinlich wird dann dieser erste Zinsschritt 0,25% betragen. Genau, das war glaube ich nochmal die Diskussion, ob gegebenenfalls auch 0,5% im Raum stehen könnte. Genau, 0,25% ist im Moment die überwiegende Erwartung, aber 0,5% bestimmt auch nicht komplett vom Tisch. Ich denke mal, die Zentralbank wird die Datenlage beobachten. Ich glaube, 17.09. ist die Sitzung. Bis dahin kommt die ein oder andere Datenlage noch rein. Was wäre, glaube ich, schon eine Sensation, wenn sie nicht kommen würde. Und ich habe zumindest gestern nochmal kurz nachgeguckt, das wäre dann die erste Zinssenkung seit über vier Jahren. Ja, verrückt. Das ist schon Wahnsinn. Und ja, wie ich gerade schon sagte, am Ende, am Freitag, haben dann Aktien, Anleihen, Gold, Bitcoin, also alle Assetklassen im Grunde diese Nachrichten schon sehr, sehr wohlwollend aufgenommen. Genau, da kommen wir dann auch noch mal drauf. Aber genau, ich glaube, damit machst du jetzt weiter. Das war der erste Punkt, wenn ich vielleicht, Christoph, noch eben zwei Sätze sagen darf. Gestern kam noch der IFO-Geschäftsklima-Index hier für Deutschland, die deutsche Wirtschaft. Leider doch eher traurige Nachrichten, so schlecht gestimmt wie zuletzt im Februar. Geschäftsklima-Index ist zum dritten Mal in Folge gefallen. Liegt nun bei 86,6 Punkten nach 87 Punkten im Juli. Und vor allem der Konsum kommt nach wie vor nicht in die Gänge. Die Verbraucher sind sehr, sehr skeptisch, was auch so das Thema der Inflation angeht, ob wir wirklich auf dem aktuell eher niedrigen Niveau bleiben werden. Aber auch die Unternehmen halten sich mit Ausgaben doch deutlich zurück. Und das fast durch alle Branchen hinweg. Also kein gutes Bild, was von der deutschen Wirtschaft im Moment gezeichnet wird. Ja, und leider oder vielleicht Gott sei Dank auch eher ein autarker Blick auf die Dinge. Wir sind leider Gottes wirklich das Schlusslicht in vielen dieser Kennzahlen. Aber gucken wir mal kurz und machen den Rückblick quasi vollständig. Und es kommt irgendwo das raus, was ich auch letzte Woche schon gesagt habe. Marco, du hast zwar gerade was zur Zinspolitik, zur erwartenden Zinspolitik der Amerikaner gesagt. Aber der Markt hat es irgendwo schon eingepreist gehabt. Das sehen wir auch mit Blick auf die Zinsen. Deutsche Staatsanleihen wieder mal mehr oder weniger komplett unverändert bei 2,25 Prozent. Da rentieren aktuell die zehnjährigen deutschen Staatsanleihen. Die zehnjährige US-Treasuries ebenfalls unverändert, 3,8 Prozent. Für Gold gilt Gleiches, auch wenn es am Freitag noch nach oben gegangen ist, auf Wochenbasis. Plus 0,2 Prozent. Die Unze kostet aktuell gut 2.515 US-Dollar. Einzig beim Bitcoin, da bist du gerade auch indirekt kurz drauf eingegangen. Da war durchaus ein bisschen Musik drin. Wir hatten ja am Montag der letzten Woche schon so einen kleinen Sprung nach oben gesehen. Da kamen dann im Wochenverlauf nochmal gut 3 Prozent oben drauf. Aktuell kostet ein Bitcoin circa 64.000 US-Dollar. Ja, das soll es gewesen sein. Kommen wir zu den Nachrichten von der Unternehmensseite. Und wir machen es heute mal etwas anders als sonst. Wir starten nämlich mal mit einem Ausblick. Weil, Stichwort Ruhe vor dem Sturm, Marco, seit Wochen spitzig gefühlt bei der laufenden Berichtssaison eigentlich alles auf den 28.8. und auf ein Unternehmen zu. Die meisten werden schon ahnen, woraus hinausläuft. Die Rede ist natürlich von Nvidia, die doch immer irgendwo so zwei, drei Wochen nachhängen nach dem anderen Big-Tech-Unternehmen. Und du sagst es jetzt, am Mittwoch ist es soweit. Da wird Nvidia eben die Zahlen vorlegen nach Börsenschluss in den USA. Wichtig vor allem aus zwei Gründen. Nvidia mittlerweile mit seiner Marktkapitalisierung von über 3 Billionen US-Dollar sehr, sehr hoch gewichtet in vielen Indizes, in dem S&P 500 wie dem Nasdaq. Und dann natürlich dann eben auch für den weiteren Kursverlauf mit einer hohen Relevanz. Und das andere Thema ist natürlich dieses Thema der künstlichen Intelligenz, wo kein anderes Unternehmen wie Nvidia für dieses Thema steht. Und da auch eine weitere Einschätzung von abgeleitet wird. In den letzten Quartalen gelang es dem Chip-Entwickler stets die sehr, sehr hohen Erwartungen nochmal zu toppen. Im laufenden Jahr sieht man es auch schon wieder an der Performance, 160 Prozent ungefähr zugelegt, nachdem das letzte Jahr ja auch schon absolut bombastisch gelaufen ist. Zuletzt hatte Nvidia den Umsatz im Vergleich zu den Vorjahresquartalen vervierfacht, den Gewinn sogar versiebenfacht. Hier wird schon erwartet, dass dieses exorbitante Wachstum jetzt so ein bisschen rausgeht, sich ein wenig verlangsamt. Schätzung ist, dass sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal nur noch um 113 Prozent steigert, aber immer noch eine Verdopplung auf 28,7 Milliarden US-Dollar. Mal sehen, ob Nvidia das dann eben auch liefern kann. So ein paar Dinge gibt es sicherlich, die genau zu beobachten sind. Einmal so der Handelsstreit zwischen USA und China. Das ist ein Thema, von dem Nvidia durchaus auch betroffen ist. Mal sehen, was der Konzern dazu sagt. Ein anderes Thema, aber das sollte im Kurs auch eingepreist sein. Der neue KI-Chip, der Blackwell B200, wird aufgrund eines Konstruktionsfehlers erst einige Monate später kommen. Das wurde vor einigen Wochen bekannt. Die Nachricht kam vor einigen Wochen schon. Genau, also hat den Kurs auch nur kurzzeitig unter Druck gesetzt. Das hat sich mehr oder weniger auch schon wieder ausgeglichen. Vielleicht auch, weil dieser neue Chip angeblich 30 Mal besser sein soll als sein Vorgänger, der ja auch schon im Moment das Maß aller Dinge ist. Also schon sehr, sehr spannend dann zu beobachten. Ja, wir werden es ganz sicher aufnehmen nächste Woche, Dienstag und darüber sprechen. Das wird mit Sicherheit zu Marktbewegungen führen. Vielleicht abschließend ganz kurz die Z-Bank-Votum liegt aktuell bei Halten für die Nvidia. 120 Dollar, Fair Value werden gesehen. Aktuell steht der Wert bei 130 Dollar, also leicht darüber. Also die Z-Bank sagt eher, Füße im Moment stillhalten. Kann sich aber, wir haben das gesehen. Kann schnell angepasst werden. Sehr, sehr schnell verändern. Das Votum auch nach der nächsten Woche, genau. Wir blicken drauf, aber genau gehen dann jetzt erstmal zu dir rüber, Christoph. Genau, von einem der wertvollsten Unternehmen der Welt zu einem Unternehmen, das zumindest bis Ende 2020 noch das wertvollste Unternehmen hier bei uns in Europa war und aktuell immer noch der weltweit größte Nahrungsmittelkonzern ist. Wir sind bei Nestlé angekommen aus der Schweiz und wir haben wirklich viel Feedback auf den Podcast aus der letzten Woche bekommen zum Thema Maß. Deswegen auch hier mal vielleicht kurz einen Blick in die Markenwelt von Nestlé. Und auch hinter Nestlé verbergen sich ebenfalls so viele Marken, die wiederum wahrscheinlich jeder von uns kennt. Und auch hier mal einen kurzen Abriss, wie zum Beispiel Marken zu nennen sind, Senf von Tomi, Wagner-Pizza aus dem Tiefkühlregal, KitKat, After Eight, Nesquik oder Nescafé. Und mal jedem mehr als bekannt und alle neuen Zuhörer auch aus Lüdinghausen wissen es gewiss, auch Maggi gehört seit über 50, 60 Jahren glaube ich schon zum Nestlé-Konzert. Ja und die Nestlé-Aktie galt eigentlich immer als sichere Bank für jedes Depot. Stichwort gefressen und gesoffen wird immer. Aber mit der Beständigkeit ist es so seit ein paar Monaten, seit ein paar Jahren schon vorbei. Fünf Quartale in Folge hat Nestlé jetzt durchgehend die Erwartung verfehlt. Kunden werden so ein bisschen pessimistischer, Stichwort Inflation und preissensitiver und greifen vermehrt zu den billigeren Produkten der Konkurrenz. Dann gab es jüngst noch Skandale rund um eine illegale Aufbereitungsmethode im Wassergeschäft und man hat bei Nestlé eine Menge Geld ins Healthcare-Geschäft gesteckt. Und auch das lief und läuft nicht wirklich wie geplant. Und am Freitag, beziehungsweise am Donnerstag nach Börsenschluss kam dann die vielleicht logische und auch überfällige Nachricht, Nestlé trennt sich mit sofortiger Wirkung vom deutschen Unternehmenschef Marc Schneider. Siebeneinhalb Jahre war Schneider an der Spitze und ist angeblich freiwillig zurückgetreten. Naja, glauben wir es einfach mal, hinter den Kulissen hat es auf jeden Fall in der letzten Zeit ordentlich rumort, auch ob der Entwicklung des Aktienkurses, da gehen wir gleich nochmal kurz drauf ein. Nachfolger wird auf jeden Fall ein Nestlé-Urgestein und heißt, und ich hoffe den Namen jetzt richtig auszusprechen, Laurent Fresh und ist bereits seit 38 Jahren bei Nestlé. Also ob das dann der richtige Mann für einen Neuanfang ist, das bleibt dann vielleicht nochmal abzuwarten. Der Aktienkurs hat sich auf jeden Fall erstmal stabilisiert. Dazu gehört aber auch, dass die Aktie in den letzten zwei Jahren fast 30% gefallen ist und das, wo die Aktienmärkte ja durchaus ordentlich gelaufen sind und aktuell auf dem niedrigsten Stand seit 2018 notiert. Also gucken wir mal, wo die Reise hingeht bei Nestlé. Aber das soll es vielleicht gewesen sein, Marco, von meiner Seite. Du hast auch noch ein Unternehmen im Köcher. Genau, wieder gute Nachrichten dann. Wir sprechen über CTS Eventim, gelistet im MDAX. Und CTS Eventim ist es gelungen, in der letzten Woche einen Allzeithoch überhaupt zu erreichen, was den Kurs angeht. CTS Eventim, die meisten werden das Unternehmen kennen. Ticketvermarkter und Konzertveranstalter. Und das Unternehmen erwartet jetzt einen deutlich höheren Gewinn im laufenden Geschäftsjahr. Die Prognose für das Geschäftsjahr wurde deutlich angehoben und das sehen die Aktionäre natürlich immer sehr, sehr gerne. Firmenchef Schulenberg erklärte, dass das Unternehmen in diesem Jahr sowohl organisch als auch durch eine erfolgreiche Akquisation weiter wachsen werde. Dieses Thema Akquisation hatten wir vor einigen Wochen auch schon mal drin im Podcast. Wer möchte, gerne nochmal reinhören. Im zweiten Quartal hat das Unternehmen seinen Umsatz um 21% nochmal steigern können auf knapp 800 Millionen Dollar. Das operative Ergebnis ist sogar noch etwas stärker gewachsen. 23% auf 110 Millionen Dollar. Und das haben die Börsen eben sehr, sehr gerne gesehen. Im laufenden Jahr hat der Kurs auch über 40% schon zugelegt. Also ein sehr, sehr ordentlicher Lauf in dem insgesamt guten Markt. Also nochmal eine deutliche Outperformance generiert. Und vor allem zwei Dinge, zwei Veranstaltungen haben dabei geholfen. Das sind zum einen die Olympischen Spiele gewesen, wo CTS dann eben auch die Tickets vermarktet hat. Und zum anderen die Tour, die Welttour überhaupt von, man kann es sich denken, Taylor Swift. Ich durfte auch bei einem Konzert sogar da sein. War wirklich richtig, richtig gut. Aber diese Eras-Tour, man liest es ja an jeder Stelle, bringt ja sämtliche Rekorde. Und auch da hat CTS Eventim eben seine Finger im Spiel und sehr, sehr viel Geld verdient. Also das ist ja eine sehr, sehr erfolgreiche Geschichte. Allzeithoch bei CTS Eventim. Ja, machen wir hier weiter. Ein Unternehmen haben wir noch, beziehungsweise zwei. Wir kommen gleich zum lokalen Teil noch. Aber das machen wir jetzt kurz und knapp. Wir hatten es letzte Woche im Podcast beim Ausblick angekündigt. Eine der größten Cyber-Security-Filmen hat letzte Woche Zahlen vorgelegt. Palo Alto Networks. Und Sie erinnern sich vielleicht noch, wir hatten das Unternehmen schon mal vor fast genau sechs Monaten hier im Podcast. Damals ging es nach der Vorlage der Zahlen um über 30 Prozent nach unten. Jetzt, ein halbes Jahr später, hat Palo Alto zum zweiten Mal in Folge bessere Quartalszahlen vorgelegt als erwartet. So war es dann auch in der letzten Woche. Umsatz und Gewinn jeweils deutlich über den Erwartungen. Und wie immer, noch wichtiger ist der Ausblick. Und auch da lag man am oberen Ende der Prognosen. Die Aktie ist auch entsprechend angesprungen. Fast acht Prozent nach der Vorlage der Zahlen. Ging dann so ein bisschen wieder in den Abverkauf der Gewinne rein in den letzten Tagen. Sodass wir quasi jetzt da wieder stehen, wo wir vor Vorlage der Zahlen gestanden haben. Trotzdem, die Z-Bank hat auf jeden Fall das Kaufenvotum bestätigt und das Kursziel nach oben angepasst. Neues Kursziel 400 Dollar. Das wären dann circa 16 Prozent auf den aktuellen Kurs. Auch da wird es nochmal spannend werden, wenn wir gleich beim Ausblick auf weitere Firmen zu sprechen kommen. Aber kommen wir vorher nochmal kurz in die Region, Marco. Du hast noch ein kleines Thema. Ja, genau. Und wir machen den Podcast jetzt schon eine ganze Weile, Christoph. Aber ich glaube, darüber haben wir wirklich noch nie gesprochen. Wir sprechen nämlich jetzt mal über Fischstäbchen. Okay. Ich wusste es nicht mehr, wenn mehr was kommt, aber haben wir in der Tat noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob du sie gerne isst. Auf jeden Fall werden sie deutschlandweit sehr gerne gegessen. 5,2 Millionen Stück essen die Deutschen pro Tag. Meine Kinder gehören auf jeden Fall auch mit dazu, die sie gerne essen. Und ja, insgesamt sieht man eben, dass es ein sehr, sehr beliebtes Lebensmittel ist. Und ein Konzern aus Reken, Iglo, wird jedem etwas sagen, ist eben in der Herstellung. Die hatten wir schon mal hier im Podcast. Die hatten wir schon mal mit drin. Ich glaube, in einem anderen Kontext, aber eben auch bei der Produktion eben ganz vorne mit dabei. Und ja, die Fischstäbchenbranche insgesamt, also jetzt tatsächlich etwas ernsteres Thema, ist in einer gewissen Alarmbereitschaft. Denn der Fischstäbchenrohstoff, der Alaska-Seelachs, könnte auf der Sanktionsliste von Russland landen. Und 50 Prozent des Bedarfes hier in Deutschland kommen eben aus Russland. Das ist Platz zwei dieser Alaska-Seelachs, überhaupt vom Speisefisch nach dem Lachs. Und das würde natürlich, wenn es so einen Einfuhrstopp jetzt geben sollte, zu einer erheblichen Preiserhöhung für dieses Lebensmittel führen. Im September werden Beratungen darüber geführt. Wie gesagt, Folge wären massive Verteuerungen. Und der Preis ist auch schon deutlich angezogen. Mal nachgesehen, von 2020 bis 2023 ist der Preis über 40 Prozent schon angezogen. Also doch schon eine massive Verteuerung. Das ist mehr als die Inflation. So ein bisschen Entwarnung gibt es. Für diese Sanktionen müssten tatsächlich alle 27 EU-Staaten zustimmen. Ob das dann wirklich passiert, da ist ein dickes, dickes Fragezeichen dran. Aber trotzdem für die deutsche Lebensmittelbranche, wo wir vielleicht auch das Thema Lebensmittel eben schon mal drin hatten, vielleicht eine ganz interessante Info an der Stelle. Aber das soll soweit auch dazu schon reichen, Christoph. Wir sind dann beim Ausblick auf die aktuelle Woche. Da gibt es zumindest ein, zwei spannende Themen, spannende Tage. Wenn wir auf die volkswirtschaftliche Seite vielleicht zuerst gucken, haben wir am Donnerstag die Vorlage der Inflationszahlen hier für Deutschland. Da sind wir mal gespannt, weil das ja wieder unmittelbar auch wahrscheinlich Einfluss haben wird auf die Zinspolitik hier der EZB. 2,3 Prozent, die erwartet werden, genau. Wir laufen also langsam vielleicht in den Korridor rein. Stichwort 2 Prozent, die die Notenbanken ganz gerne würden sehen wollen. Dann haben wir am darauffolgenden Tag am Freitag die Zahlen für die Verbraucherpreise, also Inflationszahlen hier für die Eurozone. Und dann am Freitag auch nochmal zwei wichtige Konjunkturangaben aus den USA. Einmal zu den Konsumausgaben und dann um 16 Uhr zum Verbrauchervertrauen. Über die Wichtigkeit dieses Indexes haben wir, glaube ich, hier auch schon ein paar Mal gesprochen. Und gucken wir auf die Unternehmensseite. Es ebbt langsam ab, was aber nicht heißt, dass die Unternehmen da nicht entsprechend durchaus nochmal wichtig sind. Du hast es ganz am Anfang gesagt, 28.8. nach Börsenschluss Nvidia. Gleichzeitig an dem Tag noch, Stichwort Cyber Security, CrowdStrike. Sie erinnern sich noch hier als Zuhörer auch, das ist das Unternehmen gewesen, was bei dem Update vor, ich glaube, drei, vier Wochen zum Riesenchaos geführt hat. Und dann haben wir zum Beispiel noch BHP, einer der größten Rohstoffkonzerne, und Vielmann am 29.8. Aber dann ebbt die Berichtssaison auch so langsam. CrowdStrike werden wir bestimmt nächste Woche auch nochmal drauf schauen. Das glaube ich auch. Nach dem Dilemma. Spannend, ob sich da schon etwas in den Zahlen bemerkbar macht. Ja, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Sie kennen die Adresse podcast.at4privatebanking.de und ansonsten Ihnen allen eine gute Woche. Machen Sie es gut. Danke. Tschüss. Tschüss. Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team Wichtige Angaben zu den